Sometime you'll wear, sometime you'll love Was geht ab, Ray Charles? Nicht viel, wenig sehen, viel hören Darf man darüber Witze machen? Ne, ne? Naja, wir machen ja keine Witze Kennst du auch meinen Spruch? Jede Minderheit verdient ihr Recht auf Diskriminierung Schon an? Sind wir schon wieder live von Dreck oder was? Was geht ab, YouTube, Pascal's zu Bodybuilding Und wir haben gerade mit David an unserer Bachelorarbeit gesessen Und wir sind fast fertig, wir sind so close bevor fertig Aber ich chill halt einfach auch zu viel, deswegen werden wir nicht fertig Aber haben noch zwei Wochen oder so Wir belohnen uns jetzt mit Subway, erst für den Upway Weil man muss wegen Ärger und später geht's ins Training Für mich steht wieder schwere Squats an Aber läuft, wir kriegen da schon hin Let's go Und wir smoke the best weed Y'all gon' do it once, but it's an everyday thing I got a couple Habits I got a couple Habits Was ist das für ein Haus? Hier wohnt Hundertwasser. Hundertwasser? Hundertwasser. Kennst du den Künstler nicht, du Spass? Den Hundertwasser Bahnhof in Uelzen? Der ist voll berühmt, Mann. Das Hundertwasserhaus. In Hundertwasser. Der Künstler heißt Hundertwasser, glaube ich. Oder heißt der so? Das wäre halt voll peinlich, wenn er nicht so ist. Hundertwasser. Hat er sich von Zeltas oder was gegönnt? Wie viele Sixpacks sind das? Hundertwasser sind halt zehn Sixpacks. Dann hast du noch 40 über. Das sind um die 6,5. 16,5 Sixpacks halt. Aber dann hat er ja 99. Aber die muss er erst mal nach Hause tragen. Die muss er erst mal nach Hause tragen. Zwei Drittel Sixpacks muss er nicht. Gibt es nicht? Musst du halt einen rausnehmen, das mögen die bei Penny nicht. Ja, nee, du musst zwei rausnehmen. Ja, weil es ist vier. Ja, weil das brauche ich ja hundert. Sechs minus zwei ist vier. Flensburg ist Rumregatta. Wusstest du das? Was für eine Regatta? Rum? Rumregatta. Rum. Rum. Man, Flensburg ist eine alte Rumstadt. Hier wurde Rum erfunden. Rum gemacht? Nee. Nein, man, hier wurde Rum erfunden. Zum Trinken. Weißer oder schwarzer? Brauner. Ja, mit Zucker. Ich trinke ja keinen Rum. Und jetzt wird immer die Rumregatta einmal im Jahr gefeiert. Was machen die da? Ja, die fahren rum. Mit Booten. Korrekt. Alles klar. Untertitelung. Der nicht. Why you do this, Nike? Nike, wieso machst du so? Already, bro. Ich habe mir gerade noch meinen Booster reingefiestet. Und ich bin ohnehin hyped. Ich bin richtig gut drauf. Keine Ahnung, warum. Ich fühle mich aber auch richtig gut. Habe mir zwei Restdays gegönnt. Jetzt für das dritte Workout in der Woche. Und es stehen die Doubles an einem Squat mit 222,5 Kilo Schnapszahl Check-in-In. Und wir müssen sie jetzt wegballern. Was aber eigentlich spannend wird, ist die Bench. Denn wie ich ja im letzten Video auch schon beklagt habe, läuft es auf meiner Bench absolut gar nicht. Heute sind es wieder 142,5 Kilo für ein Double. Double, ne? Was eigentlich noch gar nicht so schwer sein sollte. Whatever, was zählt, ist die Leistung, die wir heute erbringen können. Beziehungsweise im besten Fall die, die wir zum Wettkampftag erbringen können. Naja, auf jeden Fall hatte ich Ursachen für meine Probleme. Die kleinen Probleme im Nacken, die kleinen Probleme in the back. Und um die kann ich ein bisschen rumarbeiten. Sprich, ich habe ein bisschen Ruhe bekommen in dem Bereich und hoffe, dass ich mich heute besser hinlegen kann, um besser zu benchen. Alrighty, due to time issues, kann ich diesmal wieder nur einen Workout im Video bringen. Und ich gehe jetzt rein, springe ein bisschen auf Boxen rauf, um mich warm zu machen. Hashtag Boxjumps in die Kommentare. Dazu wollte ich auch nochmal ein komplettes Video machen, warum es Sinn macht, sich so warm zu machen. Macht es überhaupt Sinn? Und dann geht es direkt an die Squats. Und dann schauen wir mal, wie die Bench läuft. Habits! Check, 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 check. Uh. Make sure the level's tight, Ali. It's real tight. Check. Yeah. Alright, also Warm-up ist durch und ich arbeite mich jetzt hoch auf meine, auf mein Double mit 222,5 Kilo. So, bin jetzt bei 170, hab noch grad vier Reps mit 140 gemacht. Ich arbeite mich immer so langsam hoch mit 100 und 140 und jetzt 170, dann 200 und dann mal kurz checken, was geht und dann geht's direkt auf die Fresse. Ist halt immer so ein bisschen scary, denn ich bin hier ganz alleine. What happens if I die? As you know, Juri Beuger stirbt lieber, als das aufgibt. If he dies, he dies. Call me the 2010 Rock Kim, I got soul, small star, feel like a CBS over 24, spent nights trying to overshadow my shadow, but niggas trying to block my light like a solar eclipse, I bring a knife to a fist fight, and when I cut a record, so when I cut the cheese, you know what it is, it's the absolutely the most incredible disc, so adjust your bass, your treble, and then, yo, turn me up some, yo, turn me up some, yo. Turn me up some, turn me up some, turn me up some, yo. Turn me up some, yo. Turn me up some, yo. Turn me up some, turn me up some, turn me up some, turn me up some. Yo, finna break this blunt down and burn me up, gone. The simpleness, bring me till it turn me up some. For me, it's more difficult to be simple than it is to be complex, as a lot of apartments, you niggas comedy, I'm laughing at you probably. We are not the same, there's no strand of monotony. Between you and I until we die. Revelation say you either fly or fly and it's hard to find God. When you ain't ever seen him, there's pie in the sky and his body's on the cement. And I know you're looking at me like you don't speak English, I bring the heat like a phoenix, the sun and the phoenix sun. And I'm rooting for the Lakers when they play the phoenix suns. I ain't really in the sports, that's just where I'm from. Wooeeey. Alrighty, so einfach war der nicht. Er war sogar schwerer als das Double von letzter Woche. Allerdings sehe ich dafür ein bisschen meine Fokusprobleme zuständig, denn ich war ein bisschen overly hyped heute. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich dann so ein bisschen zu doll hyped, dann schlägt sich das irgendwie wieder auf die Form nieder und hat irgendwie nicht so ganz gelaufen. Also meine Hüfte ist ein bisschen zu früh rausgeschossen und so, also fühlt sich nicht so ultra super an. Aber ist okay, ich weiß, wo das Problem war. Ohne hin, es war ein Mini-Problem. Aber man, you strive for perfection. Du möchtest es natürlich perfekt machen. Und dementsprechend muss man einfach sich selbst so kritisch gegenüberstehen. Außerdem darf man nicht vergessen, ich war die letzten Tage ja immer mal so ein bisschen skaten mit meinem Skateboard auf die guten alten Zeiten. Und ich bin dadurch ein bisschen kaputt. Also so die ewigen Landungen, weil man macht ja auch so Tricks und so. Davon tut ein bisschen meine Fußsohle weh. Also das tut halt echt weh, wenn ich so meinen Schritt nach hinten mache. Aber hey, wir wollen nicht rumheulen, wir wollen liften. Ich bin trotzdem hier und ich mache auch trotzdem meinen Scheiß. Aber darin sehe ich so ein bisschen die Gründe dafür, warum ich jetzt sagen würde, ich bin nicht vollends zufrieden mit der Squatform. Aber you know what? Fuck it! 5% Reduction auf 210 Kilo und noch ein paar Doubles. Long Term 2 And if it's in your possession, then follow the directions my dude. Fühlt sich leider funny as fuck an, also fühlt sich echt nicht gut an, sauschwer und ich hab heute echt ein bisschen Probleme so in meine Form zu kommen. Auch tun meine Knie ein bisschen weh, also mein linkes und on the really, ich schieb 100% auch, dass ich ein bisschen skaten war, aber hey, definitiv, one more set. Ich hab meine ganze Scheiß ausgemacht. Und mir fällt zunehmend auf, dass ich gar nicht so in dem Fokus bin, in dem man eigentlich sein sollte, wenn man so viel Gewicht bewegt und ernsthaft trainieren möchte. Wenn man bei sonst so ist mit dem Kopf einfach, wo man gerade im Gym ist und was regeln sollte und man denkt, ich hab mich gerade dabei erwischt, wie ich im Satz über morgen nachgedacht habe. Also was ich morgen früh, wie so mein Tag gestaltet wird. Und ja, das ist nicht das, was du möchtest. Spring nicht vorschnell zur Entscheidung oder so und sag jetzt irgendwie so, nein Mann, sowas darf mir auch niemals passieren, sowas passiert, das ist völlig normal. Aber warum bin ich nicht im Fokus, so wie es normalerweise sein sollte? Das sollte man sich fragen. Was sind die Sachen, die ich gerade von dem, was ich eigentlich machen will, wo ich meinen Aufmerksamkeitsfokus hinlenken möchte, ablenken? Was sind Sachen, die bewegen mich gerade? Was sind Sachen, die stören mich? Und die sollte man nicht mit ins Training nehmen, weil wenn du sie mit ins Training nimmst, lenken sie dich dort einfach ab. Aber das ist wie so dieses alte Sprichwort, man soll nicht mit einem Streit ins Bett gehen oder so als Eheleute, sondern das irgendwie vorher aufklären oder so. Weil du nimmst es einfach mit, du nimmst es mit durch die Nacht, du nimmst es in den nächsten Tag mit. Vielleicht wird es dir gar nicht weiter bewusst, das ist nicht sehr abfuckt oder so, aber es ist unbewusst manifestiert. Und wirkt sich einfach auf deine Handlungen aus, auf deine Gedanken. Und wenn du dann was machst, was große Anstrengungen, deine Aufmerksamkeit erfordert, zum Beispiel 222 Kilo zu squatten und du einfach im Kopf ganz woanders bist, Und klar kannst du nicht die Bewegungsmuster so abrufen, wie du, also kannst du im besten Fall, weil du sie nicht gedanklich steuerst. Aber diese Sachen haben einfach einen Einfluss darauf, wenn, also spätestens dann, wenn dir auffällt, dass du im Satz nachdenkst, was du morgen irgendwie machst oder so. In the middle of the set. Das erste, was mir auffällt, ich höre sofort auf zu Instagram, ihr findet mich auf Instagram, Pascal Sui Bodybuilding. Gerade mein Workout da irgendwie in die Story zu hauen oder so. Ich versuche ein bisschen Ruhe zu finden, die Kamera jetzt nur noch anzumachen für die Sets oder so, nicht mehr noch zwischendurch reinzugucken, wie die sah die Perspektive aus. Und schon ein Gedanken im Video sein, das ist natürlich eine Bürde mehr, also von außen drauf geguckt, sieht es leicht aus, aber es ist natürlich eine Bürde mehr, die man sich aufbürgt, wenn man noch sagt, ich verpacke das Ganze im Video. Ich will es, ich habe Bock drauf, das ist meine eigene Entscheidung, deswegen heule ich auch nicht rum, aber es ist nun mal einfach eine Bürde mehr. Und man muss halt sich bewusst werden, wie willst du im Fokus sein, schwere Gewichte zu bewegen, wenn du gleichzeitig versuchst, einen Film zu drehen. Und ich habe einen hohen Anspruch an diese Videos und ich weiß, dass ihr das zu schätzen wisst, aber das sind nun mal zwei Sachen, die sich ein bisschen gegenüberstehen. Es geht beides, es ist nur eine Frage der Einstellung, aber easy, man. Manchmal denke ich an diese Zeit zurück damals, dass ich einfach trainiert habe und ich wollte gar nicht, dass mich irgendjemand sieht. Ich wollte genau das hier, ein leeres Gym, in dem ich ganz alleine trainieren kann, ohne dass mich jemand sieht, meine Sachen umsetzen, meine Ziele erreichen und mir war das völlig egal, ob das jemand sieht. Und jetzt denke ich im Satz darüber nach, wie ich einen Film mache, damit das möglichst viele Leute sehen. Ich weiß, es ist Selbstironie-Level over 9000, aber hey, am Ende des Tages geht es für mich darum, etwas zu vermitteln mit diesen Videos und dazu gehören unter anderem, wie man jetzt mit solchen Situationen umgeht, wie ich es mache. Alright, ich mache jetzt noch einen Back-Off-Satz von den Squats mit 170 Kilo für meine Technik und dann brauche ich jeden scheiß Fokus, den ich kriegen kann für die Bench. Das ist aber auch ein bisschen awkward, ganz alleine in einem Gym zu sein. Also wirklich ganz alleine, bringt dich auch wieder so ein bisschen aus dem Fokus, weil du wirst irgendwie ein bisschen paranoid. Ich bin so durch mit den Squats, drehe mich so um und sehe so meinen Schatten an der Wand. Schick mich zum Grand Prix, zum Eurovision Song Contest. Schick mich zum Mini-Playback-Show. Oh, don't give a shit. Let's binge. Alrighty, die ersten kurzen Versuche auf der Bench liefen schon mal ganz gut. Ich will dir nochmal kurz zeigen, was ich mache, um mir ein bisschen Bio-Feedback zu holen bezüglich der Retraktion der Scapula. Ist das ein Schweiß-Cries? Brutal, Respekt an mich. Auf jeden Fall versuche ich, meine Schulterblätter hinten zu fixieren und dann runterzuführen. Also die Scapula, zu retracten, wie man so schön sagt. Und dann suchst du dir eine wilde Stange im Gym und lehnst dort deinen zusammengepressten Rücken gegen. Dann schnappst du dir ein Gewicht, im besten Fall ein bisschen mehr, ich habe bis zweieinhalb genommen. Und hältst deine Schultern hinten zusammen, als würdest du Benchpressen wollen. Und führst dann einfach das Gewicht nach vorne und nach oben. Und konzentrierst dich dabei darauf, deine Schultern hinten fixiert zu halten. Und so kriegt man ein ganz gutes Bio-Feedback darüber, ob man die Schultern noch tatsächlich hinten zusammenhält. Da man ja gegen eine Stange lehnt und die einem so ein bisschen zurückspiegelt, ob sich die Schulterblätter bewegen und ob du dort Spannung verlierst. In der Pro-Version kannst du auch eine Bankdrückbewegung ein bisschen imitieren. Es geht einfach nur darum, dass du ein Feedback bekommst, ob deine Schulterblätter hinten wirklich fixiert bleiben. Falls du generell nochmal ein Tutorial zur Benchst, den willst du, dann empfehle ich dir das von meinem Bruder Lift You Up. Verlinke ich da, dort, da. Das ist auf jeden Fall Premium und beinhaltet tatsächlich alle Schritte, die du brauchst, um dich in deiner Bench vorzubereiten, das Setup aufzubauen und dann am Ende tatsächlich auch zu Benchen. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. All right, ich muss sagen, es läuft schon wesentlich besser als beim letzten Benchworkout, aber trotzdem läuft es immer noch nicht gut. Ich habe heute Morgen ein paar Triggerpunkte so im Nacken und so, released Mobility. Und muss sagen, fühle mich insgesamt ein bisschen entspannter. Sieh die Ursache darin, wherever. Aber wenn ich das ein bisschen beibehalten kann, sodass ich nächste Woche noch ein bisschen entspannter bin, denke ich, dass ich auch wieder auf einen besseren Weg komme mit einem Benchen. Also von der Form her sah ich heute gar nicht so die großen Probleme, aber strength-wise dann eher. Sprich, die 142,5 fühlten sich einfach fucking schwer und bewegten sich langsam. Ich weiß, ihr seht nur diese Videos und die Videos spiegeln ja nur einen ganz kurzen Bruchteil meines Lebens ab. Und zwar meistens diejenigen, die ich im Gym verbringe oder leicht, was da so drumherum passiert. Aber es ist immer irgendwie Gym-related. Dabei ist in Wirklichkeit das Gym halt nur eine sehr kleine Komponente in meinem Leben. Und ich kann in letzter Zeit beispielsweise nur so semi-gut schlafen, weil as you know, hält mich meine Tochter wach. Dementsprechend sind das alles so Faktoren, nicht perfekter Schlaf, ein komisches Essverhalten momentan, ich esse echt fucking strange. Es artet echt teilweise hart aus, sodass ich den halben Tag irgendwie nichts esse, weil ich irgendwie denke, ich spare mir das für heute Abend für ein legites Meal aus. Und plötzlich kriege ich so einen heftigen Heißhunger, dass ich halt so 14 Pakete Eis esse. Und dann ist es aber abends und ich denke mir so, fuck, ich habe jetzt schon so viele Kalorien gegessen, ich versuche Schadensbegrenzung und versuche nicht mehr so viel zu essen, also nur noch meine Fats und meinen Protein. Aber el problema ist, dass ich noch gar keine Greens oder so gegessen habe. Es kommt also durchaus vor, dass ich morgens einen Vegan Blend, vegan, vegan, ihr wisst, vom Body IP trinke und dann den ganzen Tag nichts und auf einmal, weil ich dann den Heißhunger bekomme, I get the munchies like a motherfucker, ballere ich mir dann irgendwie 27 Pakete Eis und eine Tüte Chips und denke mir dann so, fuck, jetzt brauche ich noch Protons und ballere mir irgendwie eine ganze Packung Magerquark und noch einen Vegan Blend Proton Shake. Und dann gehe ich halt schlafen, weil ich voll bin und dann fällt mir auf so, bro, warum hast du gar keine Leistung? Scheiße, weil ich brauche Wämmer in meinem Leben. Already, ich verringere jetzt das Gewicht wieder um 5%. 5% von 140 Kilo sind 7 Kilo, 142,5 minus 7,5 Kilo sind 35 Kilo, also 35 Kilo, 5% Low Drop und wir geben ihnen nochmal 1, 2, 3 Sätze. Das ist fürٌ 8 Kilo, 152,5 minus 11 Sk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Peace, bruh! Die ZDF für funk, 2017